den haue ich raus der ist fehl am platz so jetzt habe ich hier fast alle bäume braune bäume zumindest alle gefällt so jetzt geht gleich mal irgendwo anders hin mein gott geht das schnell außer du sagst auch ja ich kann auch die weißen fällen sind alle ich finde aber die weißen das sieht immer so schön aus wenn die so stehen aber ich lasse auch meistens die weißen stehen aber nur weil ich die meistens nicht brauche er ist aber genau das gleiche holz ja eigentlich das ist nein das ist helleres holz merkt man es auch dann ja klar dunkles holz das merkt man schon ich muss mir doch noch mehr holz glaube ich ja ich muss mir mehr stein holen die sonne geht unter ich höre auch schon wieder irgendwo ein skelett rum gut warte mal dann komme ich schon mal zu dich auf wie fehlt es noch den richtigen weg aber da ist es ja da bist du da sehe ich dich so ich habe jetzt einmal 64 einmal noch mal dreimal 64 sehr schön das freut mich so so lasse ich das und dann mache ich da treppen hoch genau wo bist du ach da bist du sollen wir schlafen gehen oder ja hast du hier irgendwo ne 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 wir können aber auch hier uns erstmal ein paar zombies killen wenn die kommen ist mir egal ich bringe mal kurz die sachen zur truhe dass die wenigstens gesichert sind nicht dass wenn ich doch abkratzen sollte das ich dann ja stimmt weiß schon so Holz, Holz Holz, Holz Samen Und ich hab Eichensetzlinge Und Samen einmal Samen sind von Dienstes hier, von Gras Achso, ja Gut, dann geh ich mal Fäckchen nähen stellen, das ist ja viel zu dunkel hier Gut So Mal schauen Ah, da kommen schon die ersten Komm her Ja, komm doch Zwei Zombies sehe ich schon mal Ja, nur vor Creeper solltest du dich halt in Acht nehmen Dein Creeper ist da hinten Das ist so geil, die gucken einen auch richtig an, wenn sie einen sehen Moin moin, ja komm Ja komm, ja komm Ja Ach der Der tut mir weh So, den hab ich schon mal tot Jetzt kommt der nächste da Oh scheiße, einmal hat er mich getroffen Auch tot Geile Sache So Ich bin der Zombiejäger Walking Dead Ich bin Rick Nenn mich Rick So, ich bleib mal hier oben und halt mal ein bisschen Augenschau Ach, Augenschau sag ich schon Augen aus Ne, wie sagt man das? Augenschau Doch, ich halte mal die Augen Ausschau Ausschau Dann ist zwar ein Zombie, aber der bedroht uns nicht Creeper, da hinten ist einer Aber auch nicht Da ist ein Skelett hinter dir Aber der sieht uns auch nicht Er ist umgedreht mit dem Rücken Ich könnte mich ja anschleichen mal Ah, jetzt kommt er Okay, börjere in Deckung gehen Ah, du hast eine Rüstung an Ich hab ja keine, das ist das Problem Ja, mach ihn fertig Ah, geile Sache, ey Ohne einmal getroffen zu werden Das ist ein Hammer Da unten ist eine Kuh Die guckt mich an Okay Ah, hier ist alles okay Ach, ne, Kinders, 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 Kinders Das wär's jetzt tot Ob, runtergefallen Oh, da sind zwei Enderleute Und ein Pfeil Aber die sind weiter weg jetzt noch Wie tötet man die eigentlich? Einfach schlagen auch, ne? Enderman Hm Nicht ins Gesicht gucken Genau, also immer runter gucken Und, äh, auf die Beine schlagen Die sind jetzt noch ziemlich weit weg Ich kann mal kurz hier eine Fackel hinstellen So Da unten am besten auch So Dann spawren die schon mal hier rum Nicht Ich will's aber auch nicht irgendwie anlegen Gegen die, äh, zwei Stück Plus ein Skelett noch mit Pfeil und Bogen Ja Hab ich keine Was ist das denn? Das sind Enderman Ernsthaft? Solche Geräusche sind das jetzt? Ja Boah, voll gruselig, ey Ohne Spaß Wow Die sind ja voll gruselig, die Viecher, ey Früher standen die einfach nur doof in der Gegend rum Ich weiß, die sind hammer geworden Ich dachte gerade, da wär ein Rollerfahrer draußen, der hier vorweifährt Ohne Spaß, ey Da träum ich mir nicht mehr raus, bleib jetzt bald hier, ey So, Fackel Ist o- Wow Fuck Ich bin gleich tot Achten Drauf achten Drauf achten Ich muss mal kurz was essen Boah, ich bin gleich tot, alter Boah, der schritt ja noch hinter mir Du darfst ihn nämlich nicht, äh Du musst von ihm dann fernbleiben, wenn er auf Angriffmodus ist Alter Ich bleib jetzt erstmal hier weg Ich warte jetzt erstmal, bis das Leben nachgeneriert, ey Scheiße Alter, Vater Ja, die sind krank Die sind sehr krank, die Dinger Äh, Apfel kann man gar nicht essen? Doch, eigentlich schon Ach, ich hab alles voll Boah, fuck, hab ich mich erschreckt, ey Jetzt ohne Spaß, ey Ich drehe mich um Zack, steht er auf einmal Wie, wie, wie Dings hier Wie der Slender Ja, der ist Also, ich find Enderman auch Also, ziemlich Boah, sind die heftig geworden, ey Ziemlich krank Ohne Spaß, ich saß hier Und er auf einmal so Ich denk, hm Aber ich wohne noch im Dachgeschoss, ey Man hört doch keinen Roller, wenn er hier vorbeifährt Kack, die fand an, ey Ich trau mich jetzt auch nicht mehr raus, ey Ohne Spaß, ey, das war ein Geräusch Boah, ich geh doch mal raus Pass auf die hier auf, ne Ah, der ist weg, aber hast du den getötet? Nein Äh, beide weg Aber wir haben Schiss gehabt Kann natürlich auch sein Hat die keine Schnitte So, Leben ist wieder aufgeladen, komplett Das ist Spinne Ja, die kann ich mal töten gehen Die ist, die ist geil, ey Spinnen sind cool Boah So Brauchst du den Faden von denen, ne? Doch, doch Auch? Okay Für Fallenbogen und so Ja Ich mag es halt, wenn, sag ich mal Auch bei Minecraft jetzt keine Ausrede für Faulheit oder so Wenn das nicht gerade, ähm, symmetrisch ist Weil ich halt eine alte Welt aufbaue Und die hatten sie auch nicht früher, glaube ich, so mit der Symmetrie Ja, stimmt Also wenn was immer ein bisschen schräger ist und so Da finde ich es eigentlich manchmal sogar richtig gut Ah, jetzt können wir erstmal hier ausruhen Unten im Wasser ist ein Zombie, ihr badet gerade, ey Was ich mir aber schon mal gedacht habe Das ist jetzt auch wieder so eine Nerd-Sache eigentlich Wenn ein Zombie Ja, sie sind ja verwest Sie sehen ja ekelhaft aus, ne? Aber wenn du ein Zombie Wenn du ein Zombie baden würdest Also waschen würdest, halt richtig So Und auch die Verletzungen halt zunehmen würdest Die ja, wenn hat, hier die Bissspuren, Blut abwaschen Wie er dann aussehen würde Ob er halt einfach wie ein Toter aussieht Blass Oder ob er trotzdem dann riechen würde, so Weiß ich nicht Darüber habe ich auch noch nie nachgedacht Ah, das sind so kranke Fragen vor mir Ah, merk ich Kann mir richtig geil vorstellen Einen dicken Hafen hier, ey Und am besten dann noch ganz zum Schluss ein Schiff bauen Was hier so liegt am Hafen Ja, das wird natürlich dann ein bisschen schwieriger Oh, mit Holz Ja, aber man muss ja auch das Schiff gut machen Ja, klar Mit Mast Und sowas alles Das kann man richtig gut vorstellen So einen richtig dicken Hafen hier So, zack Mit Leuchtturm am besten noch, ey Ohne Spaß Hm So, warte mal Ne, das brauche ich nicht Ich brauche die, die, die Steps Die Steps Sind eigentlich die, die Kraken, die im Wasser sind Sind die auch irgendwie gefährlich? Ne, ne Das sind Tintenfische Die machen Tinte Okay Weiß ich zwar noch nicht, wofür man die genau braucht Aber die machen Tinte Okay Ey, die Dach dauert echt länger als der Tag, ey Aber so langsam wird es wieder hell So langsam Cool Oh, da kommt Skelett Ich bin mal kurz in Deckung ein bisschen Boah, jetzt gleich brennen sie alle Ihr werdet alle gleich brennen, ihr Schweinehunde Was für Tag Sehr schön Ähm Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt mache ich Brennen auch die Zombies im Wasser? Nein Okay Und da kommt Zombie da hinten Da kommt der Pfeiltyp Warte mal So Fertig Der Eingang So ein bisschen Gut Und von der anderen Seite kamen Skelettdings mit Pfeil und Bogen Wenn er nicht schon brennt Mal gucken Ja, der kann sogar nicht schon brennen Ja, der brennt Außer der andere, der brennt noch nicht Ich mache den Feuer kaputt Genau Du machst den Sehr schön Gott Sehr schön Team gearbeitet So, jetzt habe ich hier Das muss ich natürlich alles verfeinern Den Eingang und so Aber ich habe jedenfalls schon mal den Weg nach oben Okay Oder hier Doch, doch, doch Doch, den Weg nach oben habe ich alles schon mal Hm Was war hier denn gerade eine Spinne? Jo Das ist schon Finne Fünf Sechs Sehr schön Sehr schön Was für ein Level bist du nochmal bei der Dings? Bei? Bei Minecraft hier? 18 18 Wirkt sich das eigentlich aus? Wenn man, desto höher man ist, desto stärker man ist? Oder? Ich glaube schon, ja Doch schon, okay Sehr schön So Ach, baust du erst mal hier? Muss mir mal angucken, was ist jetzt gebaut? Ich war jetzt die ganze Zeit fast draußen Das ist natürlich geil aus, der Eingang Ohne Spaß hier mit den Steinen Oh, das sieht schon aus wie Skyrim Ja, von wegen Ne, cool ey Und dann machst du hier den Hafen Er ist ja geil, ey Coole Sache Wo geht es denn hier eigentlich hin? Ach, erst mal gar nichts Ja, das ist einfach nur so ein Raum Und dafür lohnt es sich halt den Stein zu Aber ich brauche halt Für das jetzt hier Mehr Stein natürlich Und noch einen Fall anderen Stein Aber den muss ich irgendwie anders herstellen Ich weiß nur nicht wie Gut, Stein hast du ja richtig viele Ja, das, aber ich weiß nicht, wie man den herstellt Warte mal Da musst du mal in der Craft-Seite bei Wikipedia gucken Jetzt nicht Ja, das muss ich gucken Auf jeden Fall haben wir da schon mal fertig Jetzt können wir ruhig zum Haus gehen Genau Ja, oh